Wir spielen wieder mit im Konzert der Großen. Der österreichische Vizemeister Eskapo Suilnitzer Eichtob spielt auch in dieser Saison wieder in der Volleyball Champions League. Die Besten der Besten sind wieder zu Gast in Klagenfurt und Eichtob wird garantiert kein freundlicher Gastgeber sein. Die Besten sind wieder zu Gast in Klagenfurt und Eichtob wird garantiert kein freundlicher Gastgeber sein.